Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Mittelpunkt einer Strecke. Was ihr hier seht, ist die Google Maps Karte von Pfuhl und seiner Realschule. Dort habe ich zwei Punkte markiert, den Punkt S für die Seehalle und den Punkt R für die Realschule, denn eine Strecke ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Wenn wir jetzt hier den Mittelpunkt bestimmen wollen, dann müssten wir den Maßstab wissen und ihr schaut ja gerade ein Video an, je nachdem wie groß euer Handy ist, wäre der Maßstab unterschiedlich. Deswegen lassen wir die Karte mal weg und bringen ein Koordinatensystem hier ins Spiel mit X- und Y-Achse und natürlich dann den Koordinaten für die Punkte S und R. Und wie wir jetzt hier auf den Mittelpunkt dieser Strecke kommen, das werde ich euch jetzt zeigen. Wir kennen uns mittlerweile ja sehr gut mit Vektoren aus, deswegen schauen wir uns einfach mal an, was wir hier an Vektoren entdecken. Und das sehen wir ganz leicht, wir können hier den Vektor SR bestimmen. Also um von S nach R auf der X-Achse zu kommen, müssten wir ja Spitze minus Fuß, X-Wert 5,5 minus X-Wert minus 2,5 rechnen und wir wüssten, wie weit es von da nach da geht. Nach unten dann das Gleiche, in dem Fall minus 0,5 minus 2,5. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht wissen, wie wir von S nach R kommen, sondern wir wollen wissen, wie wir zu irgendeiner Mitte kommen. Aber wie kommen wir denn zur Mitte? Wir müssten doch eigentlich nur diese beiden Strecken halbieren. Also, statt den ganzen Weg zurückzulegen, nehmen wir nur den halben Weg. Das heißt, wir teilen diesen Wert durch 2, dann kommen wir hier raus. Und auch diesen Weg, anstatt den ganzen Weg, nehmen wir nur den halben Weg und gehen hier nach unten, teilen durch 2. Und damit haben wir tatsächlich eine Mitte gefunden. Die Hälfte von diesem Weg nach rechts und die Hälfte von diesem Weg nach unten. Also, um jetzt durch eine Parallelverschiebung, wenn wir es mit Vektoren anschauen, von S nach M zu kommen, Achtung, jetzt schaut es ein bisschen unübersichtlich aus, dann müssten wir einfach Spitze minus Fuß durch 2 bei den x-Werten und Spitze minus Fuß durch 2 bei den y-Werten rechnen. Das könnte ich jetzt hier ausrechnen, mache ich aber nicht. Ich werde euch gleich nachher zeigen, warum, da müsst ihr mir jetzt vertrauen, warum ich das hier so stehen lasse. Wenn ich jetzt die Koordinaten von M berechnen wollte, also wie ich hier von 0 nach M komme, dann fange ich doch an bei 0s, also bei minus 2,5 und wähle dann diese x-Koordinate des Vektors dazu. Also, minus 2,5 fange ich an, ich gehe von 0 nach minus 2,5 und dann gehe ich eben diese Strecke, die blaue, nach rechts. Ich habe das hier mal gekennzeichnet. Und beim y, es ist doch genau das Gleiche. Um zum y-Wert zu kommen, muss ich zuerst zum y-Wert von S, also plus 2,5 und dann noch diesen Wert hier dazu. Also, diesen lillanen Wert nach unten in dem Fall. Das wären also tatsächlich die Koordinaten, wenn ich es durch eine Vektoraddition berechnet hätte. Ich starte jeweils beim Punkt S und zähle dann den halben Vektor von SR dazu. Jetzt mache ich mal eine mathematische Umformung. Wenn ich jetzt mir diesen Bereich anschaue, dann ist es doch so, dass ich diese Werte miteinander addieren könnte, wenn beides mal dasselbe Nenner da wäre. Also erweitere ich diesen hier, minus 2,5, auf halbe. Und das mache ich, indem ich Zähler und Nenner mal 2 nehme, denn hier steht ja minus 2,5 Eintel. Also wäre hier oben nicht mehr minus 2,5, sondern minus 5 Eintel und dann kann ich das auf denselben Bruch bringen wie diesen hier. Minus 5,5 plus 5,5, oder minus 5 steht hier, Entschuldigung, plus 5,5 und das habe ich jetzt mal ausgeschrieben, plus 2,5. Da drüben mache ich genau das gleiche. Ich will auch hier denselben Nenner haben, also mache ich aus 2,5 Eintel ein 5 Eintel und kann es damit mit diesem Zähler hier zusammenfassen. 5, minus 0,5, minus 2,5. Nächster Schritt. Ich könnte jetzt hier natürlich zusammenfassen, ich mache es aber etwas komplizierter, ihr werdet gleich sehen, warum. Ich fasse hier minus 5,5 und 2,5 zusammen zu minus 2,5, das ist das Kommutativ der Addition, plus die 5,5 und das gleiche hier, 5, minus 2,5 gibt 2,5 minus die 0,5. Warum habe ich das gemacht? Wenn ich mir jetzt diesen grünen Bereich hier anschaue, dann erkenne ich, hoppla, das sind ja genau dieselben Werte wie hier bei den x-Werten der beiden Punkte S und R. Und wenn ich mir diesen Zähler hier anschaue, dann hoppla, sind das ja die y-Werte von meinen Punkten S und R. Das heißt, wenn ich die x-Werte addiere und durch 2 Teile bzw. die y-Werte addiere und durch 2 Teile, dann erhalte ich immer den Mittelpunkt dieser Strecke. Ich brauche also mir diese Gedanken hier gar nicht machen, ich kann einfach nur mit Hilfe dieser Koordinaten S und R direkt meinen Mittelpunkt bestimmen. Das hier, was ich euch gezeigt habe, war nur der Beweis dafür, dass das immer gilt. Allgemein kann man also sagen, wenn ich den Punkt A habe mit x-A und y-A und den Punkt B mit x-B und y-B, dann kann ich den Mittelpunkt bestimmen, indem ich x-A plus x-B rechne und das durch 2 Teile und y-A plus y-B durch 2 Teile. Und das haben wir hier gezeigt. Heute haben wir also gelernt, wie man den Mittelpunkt einer Strecke berechnet. Wir haben dazu den Beweis dazu durchgeführt. Wir haben gezeigt, dass man durch Rechnung mit Vektoren auf das Ergebnis kommen kann. Und jetzt ist es wunderbar. Jetzt haben wir sozusagen eine Formel dafür. Wir können den Punkt M immer bestimmen. Wir müssen dazu nur die x- und die y-Werte der beiden Punkte so einsetzen, wie sie in der Formel unten dran steht. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathestunde. Tschüss!